Guter Start, aber dann kam nicht viel mehr. Mittlerweile steht es 4-4. Die letzten beiden Partien hinter dem Parkkreuz und schlechte Karten, würde ich fast sagen, für die Eiffeltrische Arnold. Ein Unentschieden wäre schon ein Glücksfall, aber bringt ihnen ja nichts in ihrer momentanen mit der Fellenlage. Wird viel drauf ankommen oder alles. Darauf ankommen, ob Marius Czaus mit den Aufschlägen des Inders J3 besser zurechtkommt, die hier in der Halle auch sehr heftig diskutiert werden. Ich freue mich da auch auf eure Kommentare auf YouTube. Manches sieht man am Video ja besser, vor allen Dingen besser als der Schiedsrichter, der immer ganz ungünstig sitzt. Wie auch immer. Also Itakagi, will ich mal vermuten, hat gegen die Aufschläge von J3 auch dann Probleme, wenn er sie komplett zieht. Was natürlich keine Ausrede ist. Es wurde kein Grund, sie deswegen zu verdecken. 9 zu 0, Marius Czaus, Aufschlag gegen J3. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ... 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 Applaus Applaus Oh Oh Ich werde für den Ball eit Es wird so nett Oh 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.